Es ist rot, da kann man noch lange warten, da hinten ist rot, da ist weiss, da nicht mehr. Geil. Hier kann man nur ins weisse, grüne, wie sonst ist das eigentlich grün? Das ist ein Baum. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Das ist die Spiegelung. Ich habe Strassenlampelicht auf der Brücke. Hier geht es runter. Hier sieht man die Schmierereien nicht. Hier ist es noch etwas erkenntlich. Aber es sind wirklich Schmierereien und nicht schöne Graffitis. Aber das ist auch nicht gepinselt. Man sieht es nicht. Ich muss sagen, sonst glauben wir es nicht. Es ist mit roter Farbe angepinselt. Wie hier auch. Und hier. Und dort. Hier ist es fast ein wenig zu fest, so wie es aussieht. Ah, da hat er korrigiert. Verschiedene Farbe. Schwarz schlussendlich. Und das ist nicht blau. Ah, doch. Mit einem Herz sogar. Geil ist sich. Vielleicht ist es auch einfach angepinselt. Und es sieht aus in dein Herz. Oder ich interpretiere es als das. Weil ich es einfach herzlich finde. Schön. Dämpft blau. Wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, wäre es die. Weiss. So wie hier. Ah. Da ist nämlich nichts drin gepinselt, außer das. Gau. Man sieht es einfach nicht. Hier ist es schön farbig. Und das hier. Das ist das Rotlicht. Und mir als Fussgänger sagt, ich darf nicht weiter. Oder ich soll schnell anhalten. Aber es geht eben immer noch recht runter. Es ist immer noch. L床. L床. Okay.